Willkommen zu den Dorfmusik TV-News Nr. 23, 21, 21, 24. Ihr seht es über dem YouTube-Video. Mein Name ist Tony Benoni von Dorfmusik. Hinter der Kamera wie immer www.jobock.de. Schön, dass er wieder im Lande ist. Hinter mir seht ihr das wunderschöne Oberpleis nach einem sonnigen Tag. Die News heute, Toys to Masters, Hin- und Rückrunde vorbei. Vielen, vielen Dank für alle Fans und Supporter. Wir haben es jetzt auf der Gesamt-Tabelle nach Hin- und Rückrunde auf Platz 5 geschafft. Sehr geil. Dankeschön dafür. Jetzt wartet auf uns das vierte Finale und wir von Dorfmusik und die Jungs von Peanuts freuen uns dann wieder alle begrüßen zu dürfen. Jetzt erstmal Sommerpause und wir treffen uns dann im September wieder live und rocken die Berlin. Wär schön, wenn wieder so viele kommen wie Hin- und Rückrunde zusammen. Dann waren wir auf der FEDCON. Wir hatten den Endstationauftritt und wie schon gesagt hatten die Rückrunde für Toys to Masters. Und wir haben natürlich ein bisschen gefilmt und ihr könnt jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Ganzen sehen, um einfach mal Gefühl zu schauen, was da alles abgegangen ist. Viel Spaß damit. Das war geil, ne? Das war richtig geil. Endstation hat mir sehr, sehr gut gefahren. Wir haben den Jungs auch. Toys 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 toys. zum Masters war auch sehr, sehr geil und FatCon war halt freaky so. Auftritt war aber gut so, wenn man im Backstage-Bereich mit ein paar Hollywood-Stars spielen darf. Ist schon cool. Jetzt noch News, weil die Auftritte machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir machen auch eine Sommer-Live-Auftritt-Pause, wer natürlich für uns Auftritte hat, der kann natürlich gerne sich bei uns melden. Aber primär steht jetzt einfach nur eins auf der Tagesordnung und das ist einfach unser Dorthy Music Album. Wir haben schon viele Tracks fertig, mehr als die Hälfte. Wir wollen jetzt in die Endproduktion im Sommer gehen, das heißt, ich glaube noch vier, fünf Tracks kommen, die wir noch aufnehmen müssen und dann geht das zu Hightight ins Studio nach Hennefse. Die Jungs von Hightight machen das Ganze und werden das bombastisch abmischen und wir freuen uns richtig drauf. Und was jetzt genau dort passieren wird auf dem ganzen Album, das könnt ihr dann in den nächsten Dorfmusik.tv-Notes immer wieder sehen. Wir machen sogar einen Blog und alles Mögliche, damit ihr live dabei seid, was auf dem neuen Dorfmusik-Amband kommt, weil da kommen richtig geile Sachen bei rum und wir haben uns da keine Mühe und Kosten gescheut, wirklich keine Kosten gescheut, um das Album richtig fett zu machen und es wird richtig, richtig gut. Also bleibt, stay tuned und Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Einen schönen YouTube-Tag oder sowas. Das war Dorthy Music. Ciao!